Musik Wir stehen hier in Saarbrücken in der Bahnhofstraße. Es ist die vorletzte Wahlkampfwoche. Der Wahlkampf ist bisher außerordentlich gut gelaufen. Wir haben über 8.000 Plakate aufgehängt. Wir haben bisher über 200.000 Wahlkampfzeitungen verteilt und gehen jetzt in die Endphase des Wahlkampfes. Ich bitte nochmal alle recht herzlich um Unterstützung. Packt mit an, damit wir am 25. März hier im Saarland ein gutes Ergebnis erreichen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017